Das Kybalion – Das vierte hermetische Gesetz In diesem Video werde ich mich ausführlich mit dem vierten hermetischen Gesetz beschäftigen, mit dem Gesetz der Polarität. Ein Video mit der Zusammenfassung der hermetischen Gesetze gibt es von mir bereits. Du findest den Link dazu unten. Das Gesetz der Polarität besagt, dass alles zweifach ist. Alles hat zwei Gegensätze und diese sind ihrer Natur nach identisch, da sie zum gleichen Thema gehören, in unterschiedlicher Ausprägung. Auf gleichsam einfache wie geniale Weise wird dies in dem Yin-Yang-Zeichen ausgedrückt, in dem sich die zwei Seiten widerspiegeln und beide den Kern des Anderen beinhalten. Auch unser Praxis-Emblem, das du unten rechts siehst, ist nach dem Gesetz der Polarität aufgebaut. Alles ist zweifach. Heiß und kalt gehören zum gleichen Thema, in unterschiedlichen Enden der Skala angesiedelt. In diese polare Welt, inkarniert, bekommt die Seele Erfahrungsmöglichkeiten, die sie in der Einheit nicht erleben kann. Denn wie sollte sie kalt kennen, gäbe es kein heiß. Hier ahnst du schon die unglaubliche Erkenntnismöglichkeit im Sein mit den Gegensätzen. Das Licht kann nach einiger Zeit durch das dunkle Tal einer Lebensphase gewürdigt werden und der Segen des Friedens erschließt sich durch den Schrecken des Unfriedens. Goethe hat die Polarität in Verbindung mit dem zweiten hermetischen Gesetz, dem Gesetz der Analogie, in einem wunderbaren Gedicht beschrieben. Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Legt nicht in uns des Gottes eigene Kraft. Wie könnte uns Göttliches entzücken? Goethe wusste, als Mensch trägst du den Pool der Göttlichkeit in dir. Mut und Angst gehören ebenfalls als polare Themen mit unterschiedlicher Ansiedlung auf die gleiche Skala. Dabei ist es immer möglich, Einfluss zu nehmen. Mut kann zu Angst transmutieren und Angst zu Mut. Mit der bereits im Video über das zweite hermetische Gesetz erwähnten Schattenarbeit hast du ein Werkzeug in deinen Händen, Themen zum Erkennen und zum Bearbeiten zu nutzen. An dem Beispiel Angst und Mut sehen wir die Möglichkeit des Abrutschens in den Schatten einer von uns als eigentlich positiv bewerteten Eigenschaft. Wird ein Kind in der Kernfamilie häufig entmutigt mit Aussagen wie das kannst du nicht oder das wirst du nie lernen, so rutscht der Mut als ungelebte Eigenschaft in den Schattenbereich des später ängstlichen Erwachsenen. Wer das Gesetz der Polarität nicht kennt und nun dem zweiten Gesetz der Anziehung entsprechend Partner in sein Leben zieht, die ihnen bzw. ihr nichts zutrauen, wird projizieren und die Lernaufgabe nicht sehen. Dies meinte Rainer Maria Rilke, als er schrieb, vielleicht ist alles Schreckliche im Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will. Er kannte die Illusion der Projektion und den großen Schatz, der darin verborgen liegt, wenn du sie genauer anschaust und das Thema erlöst. Wie immer siehst du auch hier den Wert der hermetischen Gesetze zum Verlassen der Opferrolle und Übernehmen deiner Selbstverantwortung. Du kannst jedes Thema auf einer erlösten oder unerlösten Ebene leben. Dringende Themen drücken sich auf der physischen Ebene aus und geben damit eine Information und die Chance zur Bearbeitung und Auflösung. Wer den Pol der Aktivität überbetont lebt, wird früher oder später in den Pol der Passivität gezwungen. Die ersten Botschafter dazu sind häufig Infektionen wie eine Grippe, die durch nicht gesellschaftsfähige Symptome wie Hustenattacken und Ruhe erzwingendes Fieber ihre Aufgabe erfüllen. Es ist klug, vorher schon der Ruhe, inneren Einkehr und Stille einen Raum zu geben durch Meditation, Spaziergänge oder kontemplative Hobbys wie Malen, Musizieren, Yoga oder Ähnliches. Sonst besteht irgendwann die Gefahr einer chronischen oder destruktiven Krankheit, die dich dann auf vielleicht brachiale Weise in die Ruhe zwingen wird. Auf der großen Weltenbühne zeigt sich das Gesetz der Polarität in unfassbar großem Gefälle zwischen Arm und Reich. Während ein Prozent der Weltbevölkerung ungefähr die Hälfte des weltweiten Vermögens besitzt, können laut UNICEF ca. 2,2 Milliarden Menschen nicht einmal ihr Menschenrecht auf regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser wahrnehmen, geschweige denn regelmäßig Essen. Berthold Brecht beschrieb dies polare Sein im Verhältnis miteinander 1934 in folgendem Gedicht. Reichermann und Armermann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. In dieser Verwobenheit des Gesetzes der Polarität mit dem Gesetz der Anziehung zeigt sich die Unvollständigkeit des Herausgreifens eines einzelnen Gesetzes. Wie innen, so außen tragen wir unzählige Facetten von Gegensätzen in uns, was sich auf der Erdenebene widerspiegelt. Es zeigt sich im aktuellen Geschehen, wie viele Menschen in Unfrieden mit sich selbst sind. Ebenso leben wir unsere wahre Natur kaum noch aus und zerstören im Außen die wunderbare Natur von Mutter Erde. Ein Virus, dessen Ausbreitung mit dem Leitsymptom die Lunge betreffende Beschwerden einherging, wundert den Hermetikern nicht, wenn die Menschen immer mehr Regenwälder abholzen und somit die grüne Lunge unseres schönen Planeten zerstören. Genau hierin liegt aber auch die Chance. Ein Bewusstseinswandel ist umso wahrscheinlicher, je mehr Menschen die Gesetze kennen, sie anwenden und Eigenverantwortung übernehmen. Dann wird es keine Pflicht, sondern eine Freude sein, friedvoll im Mit- und nicht im Neben- oder sogar gegeneinander zu leben. Sei wachsam und neugierig in allem, was und wer dir wie begegnet, und schau genau hin. In der Polarität entdeckst du deine verdrängten Anteile, wenn du zu projizieren aufhörst und dir selbst die Chance gibst, dich wirklich kennenzulernen. Nach C.G. Jung ist das Selbst die Kombination aus Ego und Schatten. Das heißt, wenn du deine Identifikation mit dem Ego erkennst und die verdrängten Anteile aus dem Schatten ins Licht holst, kannst du dein Selbst leben. Und diese Energie, diese heilsame Energie, speist du dann in das große Energiefeld ein, in dem wir alle miteinander verbunden sind. Dies ist der Weg zur Meisterschaft, der dann gegangen ist, wenn du die beiden Seiten der Medaille vom Rand aus betrachten kannst und nicht mehr getriggert wirst.